Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine unserer größten Fallstricke ist tatsächlich das Urteilen und das Verurteilen anderer Menschen. Jeder von uns macht es. Ohne Ausnahme. Und es ist wirklich ein absolutes Training, ein tägliches Training, zu versuchen, es weniger zu machen. Womöglich sogar fast gar nicht mehr zu machen. Manche Urteilen oder Verurteilen über Menschen, ohne dass sie es aussprechen, in Gedanken. Ja, viele von uns machen das. Guck mal, wie die aussieht. Mein Gott, wie guckt die denn heute? Was für ein langes Gesicht hat die? Manchmal wirklich unbewusst und auch ich mich selbst, ich ertappe mich selbst dabei. Es gab jetzt einen Artikel in einer Online-Zeitschrift oder Online-Nachrichten. Da ging es darum, dass eine Frau in Australien mit Pilze ihre Schwiegerfamilie aus Versehen in die Seelenwelt hinein befördert hat. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich ohne, dass ich die ganze Geschichte kenne, weil ich kenne sie ja nur aus den Medien. Sie hat angeblich die Pilze gekauft in einem asiatischen Supermarkt, aber in ihrer Gegend zwei Stunden von ihrem Haus entfernt wachsen diese ganz tödlichen Pilze. Und sie hat gesagt, die waren wahrscheinlich in diesen Tütchen Pilze, getrocknete Pilze oder was auch immer, aus dem asiatischen Supermarkt. Also sie schiebt es auf den Supermarkt, aber es wird alles untersucht. Und insgeheim habe ich schon, als ich das gelesen habe und das Foto dieser Frau, insgeheim hatte ich schon ein Urteil. Ich habe mich selbst dabei ertappt. Und so oft passiert das. Wir lesen etwas und wir ertappen uns. Boah, wir urteilen oder verurteilen jemanden. Es gibt nur einen einzigen Richter. Klar, es gibt Richter hier auf dieser Erde, aber letztendlich gibt es nur eine einzige Kraft, eine einzige Kraft, die urteilen darf und verurteilen darf. Und das ist natürlich der Schöpfer, ganz klar. Aber wir tun es alle hier auf dieser Erde tagtäglich. Und es ist eine ganz große Herausforderung, es vielleicht weniger zu machen. Manche tun es sehr oft, ja. Wie schnell haben wir ein Urteil? Auch hier auf diesem Kanal. Da wird verurteilt. Da werden manchmal in den Kommentaren wird geschrieben, was jammerst du oder was meckerst du, was ist mit dir passiert. Jeder von uns macht es. Und mit Hilfe der sozialen Medien machen wir es noch öfter. Wir haben die Wahl, wirklich bei jedem, bei alles, was wir hören, alles, was wir sehen, alles, was wir tun und auch alles, was uns passiert, haben wir immer die Wahl, selber zu entscheiden und zu urteilen, zu verurteilen oder zu sagen, Stopp, ich lasse mich hier von der negativen Seite absolut nicht in diese Richtung hinein befördern. Ich mache es nicht. Ich mache da nicht mit. Ohne mich. Und es ist harte Arbeit. Es ist das, wo wir immer darüber reden. Wenn ich in das Bewusstsein hineinkomme, wenn ich in diesem Unbewusstsein, in diesem, ja, nichtbewussten Zustand lebe, wie wir so oft sagen, halb blind durchs Leben stolpere, ja, dann sage ich vielleicht, ich habe auch keine Lust daran zu arbeiten, es lohnt sich nicht, ich lebe gut, so wie ich lebe, es ist ja ein schönes Leben und mir macht es sogar Spaß, andere Leute zu verurteilen. Gibt es ja auch Menschen, ne? Die setzen sich hin und sagen, ach, mir macht das richtig Spaß, hier jetzt in diesem Café zu sitzen und Leute zu verurteilen. Guck mal, wie sehen die denn aus? Guck mal, was hat der denn an? Guck mal da, der ältere Mann mit der jungen Frau, oh, mit Sicherheit hat der viel Geld. Oder umgekehrt, ja, oh. Also, ne, guck mal, wie kann man sich nur so anziehen? Ach, wie kann man nur so rumlaufen? Und, und, und. Jeder von uns macht es und manche machen es sogar mit Vergnügen. Darauf ist übrigens auch, und da sind wir wieder bei dem Thema, wo ich manchmal gerne darüber rede, die deutsche Comedy, vor allen Dingen deutsche Comedy, nicht so sehr übrigens amerikanische Comedians, manchmal auch, aber englische Comedy ist anders. Jedes Land hat ja immer seine bestimmte Art und Weise des Humors, ja. Und deutscher Humor, auch niederländischer Humor übrigens, zielt sehr oft darauf ab, andere Menschen oder manchmal auch andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die Ostfriesen, ja, die Ostfriesen-Witze, oder in den Niederlanden die Belgier-Witze, die Witze über die Flamen, über die Belgier, ja. Ja, das zielt darauf ab, eine ganz große Bevölkerungsgruppe zu verurteilen, ja. In dem Fall ist es lustig, ist es witzig. Aber wir denken nicht darüber nach, und wir denken auch nicht darüber nach, was wir damit, welche Energie wir ins Universum freisetzen, dieses über andere Menschen auch herziehen. Und da sind wir auch bei dem Thema, wenn ich wirklich eine Herausforderung bekomme, dann wirklich auch, und das machen wir so oft, ja, ich bin gut, der andere ist böse. Der andere tut mir was an, die andere tut mir etwas an, aber ich bin gut. Der oder die andere muss bestraft werden. Und manchmal gehe ich sogar vor Gericht, ja. Und da sitzen Richter, und die müssen jemanden tatsächlich dann verurteilen. Zu einer bestimmten Strafe, zu einer bestimmten vielleicht sogar die Freiheit wegnehmen. Manchmal auch geht es um Geld, ja. Was ist wichtiger? Geld oder Freiheit? Sie müssen diese Entscheidung treffen. Ich möchte nicht in den Schuhen von Richtern stecken. Richter sein ist ein unglaublich verantwortungsvoller Beruf. Und es gibt sehr gute Richter, und es gibt, und das ist meine persönliche Meinung, auch sehr schlechte Richter. Und Richter sind natürlich auch immer in einer Gesellschaft eingebettet. Das heißt, dass manchmal womöglich auch Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht in einer anderen Konstellation, vielleicht sogar auch in einer anderen politischen Konstellation, so nicht getroffen werden würden. Es hat alles immer mit dieser kleinen Welt, in der wir leben, dieser Kinofilm, dieses kleine bisschen sogenannte reale Welt zu tun. Die materielle Welt. Aber der eigentliche Richter, der sitzt ganz woanders. Und womöglich würde der auch, der, sie, er, sie, es, ja, ganz anders entscheiden. Und wir machen es selbst, jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag. Und manchmal suchen wir uns sogar Zeugen. Wir suchen uns manchmal sogar Menschen, die genauso denken wie wir. Weißt du doch, die ist fürchterlich. Was die und die und die mit mir gemacht hat. Und dann komme ich natürlich und dann sage, ja stimmt, bei mir hat die auch schon sowas gemacht. Oder der. Vorsicht. Auch wenn ich mir die Zeugen suche. Auch wenn ich mir diese Situation dann suche. Und das tut doch so gut. Wenn ich dann nachher nach Hause gehe und sage, ich bin nicht alleine. Die mögen die auch nicht. Ja und das, was mir passiert ist, ja das zeigt, dass das ein schlimmer Mensch ist. Es gibt keine schlimmen Menschen. Absolut nicht. Der allerschlimmste Mensch hier auf dieser Erde hat immer noch etwas Gutes in sich. Und der aller, allerguteste Mensch aus Sicht des Schöpfers hat natürlich auch immer hier auf dieser Erde etwas, woran er oder sie zu arbeiten hat. Deswegen sind wir hier. Sonst wären wir hier nicht hier. Also, versucht in dieses Bewusstsein hineinzukommen. Und einige sagen, ja sie haben immer so gute Laune. Natürlich habe ich nicht immer gute Laune. Absolut nicht. Es gibt so Tage, wo ich denke, oh es ist alles so schwer. Es zieht mich runter. Da kann ich nur eines tun. Da kann ich nur wirklich ganz gezielt, ganz bewusst in diese Verbindung mit dem Schöpfer hineinkommen. Und das heißt nicht, nicht unbedingt, dass ich mich hinsetze und bete und meditiere und mache und tue. Nein, das heißt manchmal ganz gezielt in mein Bewusstsein hineinkommen. In das Bewusstsein, in das absolute Bewusstsein. Und fragen, woher kommt diese Schwere heute? Warum fühle ich mich heute so? Warum habe ich heute Lust, über alle und alles herzuziehen? Und alles zu verurteilen? Und vor allen Dingen, und das kommt ja, und das ist ja auch der Grund, weshalb ich so viel urteile und verurteile. Es ist meine eigene Unsicherheit. Und vielleicht auch meine eigene Trauer oder meine eigene Wut. Warum bin ich in dieser Situation? Warum versteht mich keiner? Warum passiert mir das immer? Das sind die Gründe, weshalb ich anfange, andere zu verurteilen. Wenn ich selber total glücklich bin und happy und ich bin in einem Leben, was ich mir genauso ausgesucht habe, was toll ist, dann mache ich das nicht. Dann habe ich kein Bedürfnis, andere zu verurteilen. Je mehr Bedürfnis ich habe, über andere zu urteilen oder zu verurteilen, je mehr ich auch wirklich sehe, ja, die anderen, was die mir antun, da muss ich das verurteilen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich in einer Situation bin, in der mir ganz viel fehlt. In der mir auch vor allen Dingen das Bewusstsein fehlt und in dem ich wirklich an mich arbeiten sollte. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.